Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, meine Freunde. Road to Commander und so. Diesmal, ja, Bonus, stimmt ja. In der vorigen Runde hatten wir ja Raid. Und diesmal wieder mal Nooktown. In welcher Modus war das gerade? Kein Plan. Äh, MP7 kommt. Nehmen wir die MP7. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Auf die Fee gesichert. Boah. Hunter-Killer-Drohne, wie viele Kills gerade gemacht hat. Alter. Aber ganz ehrlich, wenn die Hunter-Killer-Drohne gerade nicht käme, ey, dann hätten die mich auf jeden Fall locker gekillt. Jetzt war wieder mal so ein Moment, zigtausend Gegner und wahrscheinlich kein Kill für den Zero. Meine Hass-Momente auf jeden Fall. Ah, scheiße. Ey, diese ganzen Krankenhäuser. Mann. So ein Dreck. Abschluss bestätigt. Ja, ja. Achso, ist Abschluss bestätigt nebenbei. Oder? Verwündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Als Abschluss bestätigt, er hat auf... Achso, doch nicht. Das ist scheinbar Herrschaft. Ich habe irgendwann erst gerade gehört, von wegen Abschluss bestätigt. Obwohl, der hat es wahrscheinlich gesagt, aber nicht von wegen Modi. Von wegen einfach nur wirklich den Abschluss bestätigt. Erwartete Befehle. Weißt du, was ich meine? Nö, ne? Fernlenkladung unterwegs. Oi, oi, oi. Moin, Kollege. Na? Ach, da ist ja noch Jena. Scheiße. Fuck. Drohne näher. Ich hätte fast den Blitzschlag wieder erreicht. War auch nur fast, ne? Abgeschafft. Oh, scheiße. Die kommen von hinten. Diese von hinten kommen. Geht ab. Achso, meinliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Mach mal. Viel Spaß. Wir verlieren B. Oh, Port mal. Alter. Wir verlieren B. Hat die sie mir überhaupt auch schreiben? Nee, Report. Dann sollen sie das halt machen, ey. Alter. Immer so erstmal vorschreiben. So, äh, Report. Und ich kriege hier gerade gar nichts mehr hin, ey. Immer an der gleichen Stelle sterbe ich. Ich glaube, ich sollte mal lieber den Weg hier einschlagen. Ich glaube, der ist ein bisschen besser. Oder ist der besser? In dem Plan. Ich brauche auf jeden Fall endlich mal wieder eingekillt. Und der renne kann man von mir weg. Was ich natürlich sehr cool finde. Alles gerade für einen Move, den ich gerade gemacht habe. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Alter. Bravo, gesichert. Da kommt doch noch einer rein. Die Drohne nähert sie. Die Zeit ist fast um. Oh Mann, ey. Kann doch nicht sein, ey. Dieser Mini-Max, ey. Boah. Deswegen ist hier keiner hier irgendwie von wegen Gegner. Hier sind ja nur noch zwei Gegner. Hab mich schon gewundert, ey. Wo sind die ganzen Gegner? Was gehen hier ab, ey? 1912, Leute. Ich wundere mich die ganze Zeit, ey. Irgendwie fast kein Schwein hier, ey. Wundere mich alle rausgegangen aus dem Spiel. Finde ich gar nicht so geil. Und noch ein Abschuss. Halbzeit. Ah, Halbzeit. Schade, dass ich jetzt nicht einfach hier das Team switchen könnte. Würde ich gerne machen. Aber kann man ja leider nicht. Charlie wird gesichert. Oh, schöner Delfin-Jump. Oh, meisterlich. Und ich wette, hier kommt gleich eine Samtex angeflogen. Pass auf. Charlie ist abgesichert. Oder? Kommt nicht. Schade. Ah. Zwei waren im Haus. Ah. Ich wurde, glaube ich, gerade geswitcht. Kann das sein? Nee. Kein Plan. Nee. Nee, ich wurde nicht geswitcht. Da kam einfach jetzt ein paar dazu. Wieder. Ah. Wir verlieren Bravo. Wow. Leer geschossen. A wird gesichert. Wir machen uns neu. Alle Flaggen gesichert. Positionen halten. Wir haben den Verlust. Alter. Hier geht es mal wieder ortig zur Sache, ey. Kommen sind da ein paar Leute. Kommen, ey. Schon Rambazamba, ja. Wir verlieren Charlie. Bravo wird gesichert. Vorreiter unterwegs. Verbündete Drohne nähert. Achtung, feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs. Hilfe. Ah, ich kann nachladen. Juhu. Ich weiß nicht, was er jetzt meint mit Zero-Zock. Echt meint er jetzt, ob ich der Echte bin oder meint er von wegen echt? Willst du mich verarschen? Von wegen hast du wahrscheinlich Hexen an, irgendwie. Habla. Was er genau meint. Verbündete Drohne nähert. Ist wieder mal fraglich. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ordentlich jetzt gerade durchgefickt wurde. Feindliche Drohne nähert. Feinde haben die Drohne zerstört. Charge-Hilte, runter! Versachet ist viel. Feindlicher Blitzschlag. Alter. Ich verfolge den einen Kollegen und dann stehen da mehrere andere da hinten. Mein Aim ist wieder mal richtig abgelutscht, ey. Achtung, feindlicher Blitzschlag steht bevor. Mein Aim lutscht gerade raunte Schwänze. Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs. Obwohl ich es nur mal angemerkt habe. Natürlich kommt die Hunter Killer Drohne auf mich. Ja, klar. Achtung, feindlicher Hunter Killer Drohne unterwegs. Ich mache immer wieder einen Kill und dann sterbe ich. Immer wieder einen Kill und dann sterbe ich. Und manchmal sterbe ich einfach komplett. An dieser Scheiß Hunter Killer Drohne. Die ganze Seite Hunter Killer Drohne. Was soll der Scheiß, ey? Boah, ey. Oh, der ist noch so ein scheiß Sniper. Geht ja gar nicht mal klar. Merkt ein bisschen. Und du bewege dich mal aus dem Haus hier raus, ey. Der Feind hat Charlie eingenommen. Drohne nähert sich. C wird gesichert. Drohne steht bereit. Komm, ich reinnehme. Ja, Punkte. Danke. Witzschlag. Uli, uli. Ja, ja. Hier so ein bisschen so. Hier ein bisschen so. Ah, ein paar Knitze gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ein paar ist gut. Eigentlich recht gut. Viele. Ah, da waren ja ein paar. Da waren drei Gegner. Nicht cool. Nachladen. Verbündete Drohne nähert sich. Ja. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Boah, zwei KC. Äh, und da waren noch drei andere. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Hunter-Killer Drohne eingesetzt. Ein Sniper-Trohne. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Wir verlieren Bravo. Ah, beweg dich doch mal aus dem Haus raus, ey. Mann, Alter. Du hast keinen Stuhl-Arrest. Kannst dich bewegen hier. Sniper hier. Meine Frisse. Yay, noch gekillt. Und ja, hat mich mit seinen Scheiß-Trohne rausgeschaltet. Doll. Einfach auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, rein rennen. Von wo? Was? Drank Flyer? Ne. Ich wollte schon sagen, wieder hier Drank Flyer, ey. Da ist doch einer. Lauf, 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 lauf. Ja. Toll. 47, 31, scheiße. Die Deads gingen einfach total hoch, ey. Ich weiß echt nicht, was hier gerade abging. Alter, was für eine geile Killcam. Oh, Mann. Die war echt... Äh, funny. Das war zweifellos guter. Na ja, immerhin sei mir Merkels als Deads. Yay. Wir sind gerade bei neun Minuten. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde Newktorn. Ja, wir machen noch eine. Eine geht noch, eine geht noch. Nochmal mit der MP-7er, ja. Auf jeden Fall. MP-7. Schutzschuld, Heini. Der bündete Drohne nähert sich. Lauf, 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 lauf. Puh. Alter, kommt er hier reingerushed, ey. Wehtiv. Jawoll. Aha. Ey. Der bündete Drohne nähert sich. Kommt er noch hier raus? Ne, scheinbar nicht. Kann doch nicht mehr sein hier. Kein Kill gemacht, schade. Da waren noch ein paar Gegner. Warum nicht? Yay, ne Drohne. Ich hab ne geile Drohne. Ich hab nen geilen Blitzschlag. Und ich hab auch gleich hier nen Tarnhelikopter. Wenn ich hier nicht alles versauere, gleich. Und nen Tarnhelikopter. Schöne Ding. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Tarnhelikopter. Direkt hier einfach hin. Oh, muss das sein hier. So, und dann noch hier nochmal ein Blitzschlag hier. Und dann nochmal eine Drohne und dann den König. Oder auch nicht. Ah, toll. So. Oh, nochmal hier. Zack. Kein Problem hier. Ich bin die Fresse, Kollege. Watt. 19, 6. Schöne Ding auf jeden Fall. Geh nochmal down. Ich weiß, ich hab irgendwie grad irgendwo hin geballert. Aja, ja, 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 ja. Oh, scheiße. Ah. Schön. Das ist nicht schön, wenn ihr abstürzt. Ich kriege doch keine guten Punkte mehr hier. Das ist nicht cool. Hm. So, einfach mal den Text hier hin. Leider keinen gekriegt und einen kurzen Lag. Auch geil. Sehr schön. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann nochmal hier ein bisschen abräumen. Na, aber nein. Das ist aber auch schön, ne? Toll. Danke dafür. Hi. Warte. Unser Klärschchen hier. Na, hier. Vielleicht da unten wieder jemand. Na, da unten ist jemand. Ja, ein paar. Ja, einfach mal einen Durchball an. Was hat sein hier, ne? War da noch einer? Puh. Ah, Blitzschlag, Blitzschlag, Blitzschlag. Leute. Jetzt geht's wieder mal ab hier ein bisschen. Oh, drei Kills. Schöne Ding. Oh, wir sind die gerade am Ballern da, ne? Ich hab dich. Ah, jetzt sind sie da ja vorne gespawnt. Auch toll. Komm, aber urbanen wir einfach mal. Schade. 3910. Schlechte Leistung. Boah, wie flackert er denn seine Waffe? Das ist bestimmt diese Goldtarnung. Kann das sein? Ah, das ist ja die Kielkern. War ich, ne? Kann das sein? Da bin ich da oben gekommen. Und dann haben wir so, hallo. Wie viele da Leute? Da waren drei Leute. Ah, wie fanden die aus? Naja. Wir sind gerade bei 14 Minuten angelangt. Gleich 15 Minuten. Ja, ich würde sagen. Ah, das war's. Damit werde ich diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Road to Commander. Shaka laka, motherfucker. Bye. Bye.